Mark Foster hat eine neue Single am Start. Wiesengroß feiert gerade einen riesen Erfolg. Wie schon Orovor ist jetzt der offizielle Amps, nicht offiziell, der nationale Amps Song eines bestimmten Fernsehsenders. Und jetzt kommt er auch schon zurück mit einer neuen Single von seinem brandneuen Album Tape. Downloads in der Beschreibung. Der Song heißt Willkommen Zurück. Das ist die zweite Single-Auskoppelung des Albums Tape, welches vor genau zwei Tagen erschien. Mit 15 Tracks und ein bisschen mehr als das vorherige Album. Und der Song Willkommen Zurück. Lyrics habe ich in der Beschreibung. Wovon er so handelt und wie er klingt, findet es selber raus. Auf seinem neuen Album. Alle Links in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.